Hammars. Hammars. Wir müssen ins Loch. Da mögen wir es am liebsten. Stimmt's Daniel? Dunkle Löchler. Dark Rings, man. Dark Rings. Genau, so sollte Dark Souls mal heißen. Aber das haben wir, glaube ich, in Breath of the Wild Let's Play auch schon besprochen. Ach so, wir haben auch schon mal das Quiz besprochen. Wir besprechen alles immer dreimal hier im Kanal. Aber wir erleben ja auch nicht so viel. Das ist ja das Tolle. So, wo ist denn jetzt Margaret? Ich möchte gerne die Mama Baker jetzt vernichten. T-Baggen. Was ist hier? Tor versperrt den Weg. Ja, wer hätte das gedacht? Ähm... Finisher. T-Baggen, dafür bist du verantwortlich. Ich mache hier immer nur... Scheiße. Falsche Tasten drücken. Naja. Weißt du, es beruhigt mich ungemein, dass mir das auch passiert. Das ist eigentlich uns beiden hier... Ach, scheiße. Jetzt kann ich das nicht mitnehmen, weißt du? Ah, fuck. Was ist das hier? Verbesserte Zwei-Schuss-Pistolen-Munktion. Kann ich die nicht auch noch da reinladen? Mal L. Nee, kannst du nicht. Ist schon voll, ne? Du kannst einfach einfach zwei Schuss abballern, wie man es halt so macht. Ach man, Quatsch. Das ist ja noch reinpacken. Hatta... 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 So, jetzt haben wir nämlich auch einen Brennstoff. Jetzt können wir wechseln. Ich glaube, gegen sie mit ihren komischen Insekten ist das gar nicht so doof, ein bisschen mehr Brennstoff zu haben. Burn Stuff. Kann man hier nichts aufmachen. Schade. Schadey. Aber ich habe hier keinen Platz mehr. So, da komme ich her. Hier muss ich hin. Da geht es irgendwie hoch. Es ist ja auch gemein, dass es hier so dunkel ist, ne? Was ist das? Ach, schon wieder Psycho irgendwas. Ist mir doch egal. Brauche ich alles nicht. Mann, wieso sind denn die Türen hier alle verschlossen? Die würden uns jetzt gleich voll erstrecken. Achtung, da würde ich mal... Brenn mal da an die Wand. Aber wir können sowieso keine Items aufnehmen. Wo? Da, an die Wand. Oder da hängen Freunde. So, kurze, konzentrierte Stöße. So wie auch beim Sex. Zack. Wir hätten hier starke Chemikalien und Flinten-Munition. Tja, was für ein Zufall, dass wir die Flinte nicht dabei haben. Aber wir hätten noch viel mehr Sachen dann nicht dabei. Was ist das eigentlich? Schatzfoto. Wir wissen, wo es war. Das waren im Klo. Wir hatten das schon... So, ich nehme jetzt die Chemikalien mit, wollte ich sagen. Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, ne? Super. Können wir den Schlüssel wegwerfen? Fuck. Geht nicht. Ja, ist jetzt blöd gelaufen. Egal. Egal. Wie ist das jetzt so? Links, links, links. War da nicht schon eine Tür? Äh. Da. Ah. So eine. So eine Tür ist das. Eine mit kleinen Spinnis. Wir haben es. Sehr gut. Und hier kommen wir doch gerade her. Stimmt. Aber wir haben eine Nachfolge voll mies gewesen, wenn man die Tür aufgemacht hätte von der anderen Seite. Wahrscheinlich hätten die Spinnen dann nicht von hinten so und so. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe es bestimmt probiert. Vielleicht ging die gar nicht auf von der anderen Seite. Ach. Da ist sie wieder. Was hatten die für lange Hammer? Haha. Wie man es so macht, ne? Mal mit in die Fräse rein. Was ist denn mit ihren Armen passiert? Die sind ein bisschen länger, ne? Ja. Ja. Ich habe langsam das Gefühl, hier geht gar nicht alles mit rechtem Ding zu, Dani. Was? Also bis jetzt hat sich das Spiel so angefühlt wie bei dir zu Hause. Ja gut. Wenn du noch ein bisschen weniger Hauptteil hättest, würdest du auch dem Papa Baker nahe kommen. Das kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Das deckt nämlich beides. Ah. Das ist ein. Wo ist sie denn? Oben. Oben. Die ist gerade runtergefallen. Oben. Hey Kleiner. Iiiiiiii. Die scheiße jetzt bestimmt gleich fliegen oder so. Aua. Das tut doch weh. Was machst du denn? Das stimmt wahrscheinlich wirklich. Äh, from nowhere to go. Ich glaube, die ist noch nicht tot. Ich muss mich auch in den Arsch schießen. Es ist so unsexy. Soll es denn sexy sein, ist die Frage. Naja. Vielleicht ein bisschen. Ich glaube, man soll Brennstoff benutzen gegen sie. Ja. Fällt mir gerade auf. Okay. Dann wechsel doch mal bitte die Waffe. Soll ich? Flup. Oh Mist, ist okay. Ach, das ist eine super Folge. Achtung, sie kommt von irgendwo. Ist mir auch schon aufgefallen. Oh Mann. Ich wüsste jetzt gerne, ob ich alles richtig mache, wenn ich einfach sie anzünde und so. Oder ob ich da irgendwie noch was... Da ist sie. Hey, du. Hey, Mutti. Aber die wäre bestimmt auch gut bei Assassin's Creed aufgehoben. Ja, die wäre voll der gute Killer. Auf jeden Fall. Und den Kletterfähigkeiten? Mann, wie viel verträgt die denn? Also ich wäre schon längst... Hätte schon längst keine Lust mehr. Mit so viel Flammenwerfer Spaß. Oh, jetzt habe ich nur noch 40 Dings, ne? Ja, aber ich denke, nicht mal ihr Höschen brennt weg. Das ist echt scheiße. Komme ich dahin zurück, wo ich hergekommen bin? Wo bin ich denn hergekommen? Weißt du was noch? Ja, ja. Runter. Oh, ich muss mich drücklehen. Wo denn runter? Ach, ja, probier mal da aus. Weil ich... Da geht es nicht lang, aber... Doch, sieht gut aus. Jetzt lacht. Scheiße. Ah, die ist neben mir. Aber hier kann ich im Kreis laufen. Das mag ich. Weil ich wollte zu dem... Links, links, links. Zu dem hier, oder? Kannst du hier nicht? Ne, da habe ich mich schon geirrt. Oh, Mann, danke. Danke für gar nichts. Ich muss weg. Ich frage mich echt, wie viel die noch hat. 98 Prozent. Wahrscheinlich. Da, da war es. Und wo du da runter gehst. Ja, da komme ich jetzt noch. Oh, sie würde ich nicht vermissen. Oh, hier ist schon wieder Viehzeug in der Luft. Love is in the air. Das Schöne ist, ich habe gerade genau das Kleidige da. Jetzt habe ich gleich nichts mehr. Scheiße. Hast du nicht Chemikalien? Dann kannst du jetzt hier daraus... Nein, habe ich nicht. Das ist ja der Witz. Deswegen wollte ich da runter, um Chemikalien zu holen. Da liegt doch die Rote. Ja, dann rennen runter. Da liegt die Klappe runter. Ich weiß es. Hier. Genau, rechts. Rechts. Links, links, links. Geradezu links. Da, rechts. Fertig. Combination time. It's time for combining stuff. Und... Fuck. Ah, ich brauche Gelbe dafür. Ich kann hier damit nur andere Sachen herstellen. Aber es ist trotzdem effizient und sehr schön anzusehen. Oh man, hier ist halt Viehzeug, ne? Ich darf da nicht immer langlaufen, weil da Viehzeug ist. Messer sie einfach. Mach's um einen Mann. Aber ich bin fast tot, ne? Was ist die denn da? Jetzt hör doch mal auf hier. Ach, das nervt doch ein bisschen. Sie gebührt. Ja. Verkackt. Ja, schade. Das ist gar nicht so dumm. Grenzen, du blöde Kuh. Wie viel hätte sie denn jetzt noch gebraucht? Mann, das ist... Das nervt mich immer bei Spielen, wenn man keine Anzeige hat oder irgendeine Ahnung, ob man da überhaupt gerade was Richtiges macht oder ob das gerade total sinnlos ist, was man macht. Ähm. Nun. Schön, dass wir so weit gekommen sind. Und nun noch einmal von Anfang. Nee, da kommen wir her. Quatsch. Ich bin immer noch dafür, dass er eigentlich einfach nur das Tor aufmachen sollte und gehen sollte. Ja, warum macht er das denn auch nicht, der Doofbatz? Er macht das aus einem Motiv. Ja, aber sein Motiv ist dumm und scheiße. Die Olle will doch offensichtlich nichts mehr von ihm wissen. Der ist doch jetzt auch... Er hat ja eine neue tolle Familie gefunden. Ja, ich meine, sie ist doch jetzt auch ein, zwei Jahre ohne ihn ausgekommen. Warum? Und er ohne sie. Warum sollen sie sich denn jetzt wieder miteinander und so? So, die ist gut. Die brauchen wir. Dass wir jetzt auch nicht da speichern können, irgendwie kurz davor. Das ist auch... Das kostet mich auch schon wieder an. Weißt du? Dass wir jetzt hier immer diesen ewigen... Das bringt ja auch nichts, das Zeug jetzt hier nicht einzusammeln. So, das Zeug nehmen wir nicht mit. Meine Fräse. So, jetzt hier das Zeug. Jetzt nehmen wir... Ach man, ja. Lasst mich in Frieden. So. Gut. Genau, jetzt nehmen wir das Zeug mit und nicht das andere. So, stellen wir uns schon mal so hin. Was war denn jetzt... Wie habe ich denn das gelöst, das Problem hier? Achso, ich habe die Pistolenkugeln verschossen, ne? Ja. So war das. Natürlich leider die teuren, aber... Naja. So, damit stelle ich mir dann was her, was Schönes. Zum Beispiel Heilung. Kugeln brauche ich... Verbesserte Pistolenmunition. Ich weiß halt nicht, wie effektiv die gegen sie sind. Ob das was bringt. Aber ich glaube, ich würde eher mal... Wir haben noch zwei Heilungen. Wir haben noch eine große Heilung. Ich glaube, ich nehme nochmal verbesserte Pistolenmunition. So. Irgendwo... Und da oben hast du ja noch mehr gefunden. Noch mehr Brennstoff, ne? Irgendwo war da noch Brennstoff, ja. Ich weiß aber nicht mehr wo. Das ist beim Kampf mit der Frau. Mit der Süßen. Aber hier ist halt auch leider echt kein Speicherpunkt oder sowas. Ach, da ist sie ja. Hey, hi. Hi. Das mochte sie nicht. Das mochte sie gar nicht. Ich hoffe, du wirst mich nie so erschrecken, Dennis. Dass du aus irgendeinem Fenster du sprichst mit langen Armen. Und sagst Hallo. Also lange Arme habe ich. Relativ. Ja. So. Das konnte man mitnehmen. Und nicht nur das. Ja. Bei mir ist eigentlich fast alles sehr lang. Auch die Leitung manchmal. So. Ich war das hier. Nein. Das nehme ich nicht mit. Dann habe ich nämlich keinen Platz mehr für evaligen Brennstoff. Hier gehe ich nicht hin, weil hier sind nervige Viecher. Wo ist denn jetzt das? Ach, Mann. Das war doch hier rechts, glaube ich. Hier rechts? Ach so. Hier in der Küste. Nein, da ist auch nur Scheiß-Finten-Munition. Flinten-Urgi. Apropos Uschi. Ich schieße einfach in die Uschi. Da ist sie glatt durch den Boden gefallen. Drop it like it's hot, baby. Oh ja. Genau. Gib ihr einfach schöne Headys. Oh, die lacht. Die lacht. Die hat bald nichts mehr zu lachen, wenn ich weiter bin. Wenn ich mit ihr durch bin. Jetzt mal ernsthaft, wo war denn das mit der Scheiß-Dingens? Das wird hier nicht random-mäßig gespawnt, ne? Ne, ne, ne. Das ist alles platziert. Das nervt mich jetzt gerade, weil das die 100 Schuss oder was das waren? 100 Einheiten wären nicht. Waren schon ganz nett, ne? Ganz praktisch. Kann man nochmal 1, 2 von ihren Attacken abblocken damit. Ich weiß nicht, ob es jetzt unten war. Ah, jetzt kommt sie hier wieder mit ihrem Scheiß-Viecher an. Hattest du wieder einen Furz gelassen? Genauso machst du es mit ihr jetzt auch. Ich soll ihr einen Furz da lassen? Ne, immer schon mit dem Messer drauf. Aber hier waren jetzt ja Viecher, ne? Da bin ich immer richtig. Die schickt, ob ich die Viecher, die kommen aus ihr raus. Also. Scheiße. Hallo. Treffen, habe ich gesagt. Immer mitten in die Muschi rein. Da, 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 da. Noha. Die ist ganz schön jumpy. Die ist ein einziger großer Jump-Scare, die Frau. Ich glaube, du hast die nächste Stufe erreicht. Da ist noch Brennstoff. Geil. Nicht viel, aber besser als nix. Es reicht aus, um Wettbewerb zu tun. Stolenmunition, das finde ich. Das sind auch grüne Kräuter, glaube ich gewesen. Hä? Ne. Ne, die sind alle schon vertrocknet. Das war nur eine Sukkulente. Ja, sieht aber gut aus. Ich frage, es musste jetzt da runter? Weiß ich nicht. Ich gucke mich jetzt hier nochmal in Ruhe um, weil mich das, ehrlich gesagt, stört, dass ich dieses Zeug nicht gefunden habe. Du machst die dann nächste Folge, ne? Ich mache jetzt hier mal, ich gucke hier nochmal. Ne, ne, du machst das schon super, Dennis. Bin schwer beeindruckt. Ich finde, du solltest auch mal einen Boss besiegen. Das finde ich jetzt doof. Ich glaube, dass neben dir was ist. Hey, du. Die hat auch zu viel Exorzist gesehen, ne? Ach, guck mal, jetzt hat sie das da runtergehauen, jetzt können wir da runter. Die treppt die Leiter. Krass, das ist 41 Schuss. Aber ich habe keine Staten. Ich glaube, es gefällt ihr. Ich finde auch. Oh, heimlich gefällt dir das. Irgendwie findet sie das alles ganz gut. Ich gehe mal da runter. Ich gucke mal, was jetzt hier ist. Rechts von dir bestimmt. Ich glaube, da ist jemand. Da sagt jemand, hallo. Ah, wie man geht. Das ist schon eine eklige. Ah, ich will weg. Ich will weg. Ja, du hast zur richtigen Zeit diesen Knopf gedrückt. Das erste Mal. In the history of mankind. Na gut, also irgendwie finde ich das jetzt hier nicht. Ich würde jetzt mal gucken, was hier draußen ist. Hü-hüpf. Autsch. Vielleicht ist ja hier auch noch irgendwas Schönes. Hier ist ein Rasenmäher. Chemikalien. I like that. Und Heilung. Okay, hier hätte ich früher schon mal hergehen sollen. So, sie taucht jetzt gleich wieder auf. Aber ist mir egal. Egal, nochmal 5 Muni. Das hätte ich nicht schon genug Pistolenmunition. Jetzt reicht es aber mal. Aber ich merke halt halt auch, dass die halt wirklich dann mit der Musik spielen. Wenn halt die Violine da so ein bisschen schief klingt. Wenn die ein bisschen abgeht, die Violine. Genau, das ist halt verstörend. Ist nicht wirklich melodisch. Scheiße. Da wollte man gerade mal Ollen in die Mumu schießen und schon hat man keine Muni mehr. So ist das nämlich immer. So ist das jedes Mal. Das geht mir jedes Mal so. Jeden Abend. Und ja, da ist er gerade hochgeklettert. Dann hast du einfach keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ich schieße auch nur Platzpatronen. Was ist denn jetzt mit dir hier? Lass mich doch gehen. Lass mich. Lass mich. Och nee. Komm. Gott, wie ich diese Stadtjunge. Ja, schön. Das hat Spaß gemacht. Ganz viel. Ja. Das probieren wir dann wohl das nächste Mal nochmal. Ich probiere das dann das nächste Mal nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ich könnte es auch probieren. Ciao. Ciao.